ja er wird gehen was sie haben nein wo sind sie dann ja hier irgendwo nein nein sie nicht da hat er hinten rechts das letzte Mal dann bei den ja genau in diese richtung also dann gehen wir da so durch den dschungel nach links relativ kleine arena ja recht weil dort hat man ja auch schon den teil sein dass es dunkel wird ja es kann sein es war jetzt mega vielleicht hat der deswegen etwas geschieht kann man kann man das wollen Prozent machen umgekehrt dort sind beim Spawn aber da erhält sich sehr echten scheiß kleine das gut das macht spannend hat man vier Begegnungen die ich mit meiner 8 jahre hier wäre eine Schlucht schlucht potenziell äh dass sie er war schlecht fokken Prozent Prozent so ist so wie noch weit nach hinten er jungen schon denn wenn sie fest wenn nicht deinem Schild denn Katz und die die ein Schild hinstellen funktioniert nicht was in der Hand das Karte Kaktus wieso ah stimmt ja es war ne Idee ah komm ah musst du jetzt ein Schild machen yep ich will dich stressen äh ähm ich frag mich ob sie das sehen wahrscheinlich nicht ich sehe ihre Namen nicht gut halt ausschaut wie geht es weiß ich noch nicht ja was hast geschrieben wir waren hier lol was wir waren hier lol das ist die Nachricht äh ja ich die habe es verstanden tritt jod äh äh eine Oase eine Oase inmitten des Dschungels wie geht das Baum 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 Bäume sind schön Schweinchen ich hätte es wird Nacht Mami das hat ein Schweinchen ein Max das ist eine Höhle das ist eine Höhle das ist eine Höhle das ist eine Sackgasse eine Sackgasse was ist für eine gasse eines sacken eine gasse aus nackten wänden sorry der war einfach schlecht oder trocken kann man vielleicht ein und da ist schon wieder wand und da ist es dunkel auch da geht es runter achtung nicht drunter falten die dörren geht runter geil wäre es wenn ich die überhaupt nicht nach menschen und geordnet okay das auch hier sind wir nicht sicher nur so erbrachen wir eisen ja wir brauchen noch heißen wir müssen mal schauen dass wir hier dann nicht sofort schärzen also wir machen was ist hier drinnen glaube ich das ist praktisch gut hast du stein hier ist ja ja schon mal den rufen auf oder hier ist er hier können wir uns ablocken vor der welt ich habe eine spinne gehört so komm schon pickaxe und und ich habe es gehört gehört nur damit du es weißt und er geht so bin ich ganz sicher wo nichtsdestotrotz ist es gefährlich der Klocke wo bist du nicht schönst gehört und ich habe angst ja hier wo hier definiert was sagt das heißt noch ab kannst du seinen Ofen aufstellen ich habe schon hier drin hier ist unsere Safe Basis wo hier hier komm hier rein ach jetzt fühle ich mich sicher so ein bisschen bei meiner Anwesenheit mit 8 Herzen also bei so ja weil du bist mein größter Beschützer hast du noch hey äh ich kann noch stehen wenn sie einen Zombie töten steht das dann auch äh ja und wieso heißt sie haben noch keine Zombies gekillt von dem her sind wir im Vorteil weil wir Zombies gekillt haben was hier also auch Volk okay die er hat er auch gerade eingekillt ich könnte es ist auch Fragezeichen Prozent Prozent nein wieso sind das aus der Psycho Höhlen ach du Kärche mehr und einfach ganz normal Prozent ich habe mir mal ein Eisenschwert aber ich war so blöde und das wird meinen nein wird meine ist langweilig ich weiß es gibt Leute die haben ein ganzes uhr sehr lang es gibt mal wir haben ein Video davon gemacht und wir haben es gestetten und befunden und ich habe den Namen dazugegeben wo ist jetzt mein Crafting Table hin Marco und du hast eh du hast ihn in der Hand ich hab's passiert und dann what äh Teil 1 Marco Marco tut Strip Meinen Teil 2 er hat Strip Meint immer noch Strip Meint noch länger Strip Meinen Teil 4 ergeblich haben wir eben Strip Meint Club dann haben sie zu zweites Strip Meint Strip er hat was sollten wir machen Eisenschwert hast du ein Eisenschwert äh ja ich mache ich habe eine Eisenspitzhocke j ich habe fast nichts zu essen ah beziehungsweise habe ich eine Suppe die sehr lecker ist bist du da echt drunter ich höre Skeletto stell dich dein engsten stell dich hin es gehört auch dazu ja weil es ist du weißt jetzt was es geführt hat ja du bist gestorben und auf 8 Hälften untergefahren einfach so alles ich bin gestorben dann erst verhaftet Art Friede dort Hallo. Da. Wem sagt man? Ihr macht ne ein Opfer. Hier. Ein Opfer? Er wird sterben. Nichts Dummes, oder? Okay. Äh, ich will darunter nicht. Wie Yoda redest du noch. Das war jetzt schön, muss ich schon sagen. Den Idioten aus, das war schon. Also, das ist vielleicht unsere letzte Stunde, wo wir noch leben und wir lachen uns fast zu Tode. Ja, mit hin. Ah, ich habe noch so gedacht, das war jetzt irgendwie komisch. Respektive, es hat mich an Star Wars erinnert. Wieso erinnert mich jetzt dieser Satz an Star Wars? Verwirrend, verwirrend. Aber die Welt ist häufig verwirrend. Hast du jetzt eigentlich mal Inception gesehen? Inception schon lange. Ja, wir kamen. Das ist doch gestern im Fernseher. Oh, lol. Äh, da ist dunkel, da ist dunkel. Ach, nee, nicht cool. Äh, da ist zu, da ist zu. Ich sperre mal hier ab. Ein bisschen. Äh, Wieso gehen wir nicht runter auf eine Höhe und suchen dann eine Höhle? Das ist auch langweilig. Wir machen es hier richtig. Oh, oh mein Gott, Rückzug, weg. Wirklich, weg. Eine Hexe. Was ist, was ist, was ist eine Hexe? Was macht eine Hexe hinter, what the? Was macht eine Hexe hinter Höhle? Wieso ist eine Hexe hinter Höhle? Wieso? Okay, ich, 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 ich häng mich jetzt an deine Schulter und weinmal ein bisschen. Okay, fertig. Oder wir gehen da runter und sterben. Ohne Scheiß. Haben wir, können wir eine weiße Flagge basteln? Hexe, wir wollen nichts von dir. Ah, du, diese Augen, so gelb und böse und so. Okay, gehen wir hier durch. Ja, okay. Jetzt kommt ja eine uns entgegne. Nein, weil hier eben kurz mal... Ich Hexe sein. Äh, sollte eigentlich noch wenig ohne Hölle sein. Eigentlich. Oh, sie ist über uns gefährlich. Äh, warte mal einen Moment. Danke, genau das wollte ich machen. Ähm, so. Ich gebe immer... Oh, ey. Warte. Wieso, wieso stresst du mich so? Vielleicht hier und irgendwo. Okay, ich bin hier in die Hölle reingedrückt. Ich habe das Eisen aus dem Ofen genommen. Und das... Na, wow. Was? Hast du was aus dem Ofen? Ja, na. Ähm, falls, was, falls wir nicht mehr zurückkommen? Ja. Ich habe es nicht genommen. Und die Kohle. Und den Ofen. Das Kohle dabei. Ja, Kohle, ganz viel Kohle. Nur kann man das nicht brauchen. Gehen wir nach Las Vegas. Geh mit hier. Ja gut, wenn wir ein Kohle in Las Vegas einsetzen können, dann gibt es 20 zurück. So zählt das doch, oder? Genau. Das ist trotzdem am runterbuddeln. Ja, ich bin am Suchen nach einer Höhle. Ah, okay. Ich habe eine Höhle gefunden. Yay. Ohne Hexe? Ich sehe schon, es wird eine Hexe da sein. Einfach so. Einfach so. Cola. Übrigens, ich habe letztens herausgefunden, was Cola heißt auf chinesisch. Es heißt, äh, Kehle. Es heißt. Es heißt Kehle. Es ist chinesisch für Cola. Ah. Sorry. Und wenn man sagt Cola, äh, Creeper. Nur so. Nur so. Als Info. Ich rede mal weiter. Und, äh, Ni Hao heißt, äh, warte mal, was heißt das? Hallo. Genau. Und, äh, Shexe heißt Danke. Und, äh, Doi, Doi, Doi heißt so. Doi, Doi, Doi. Ja, das heißt. Ui, Ui, Ui. Das ist so wie unsere Ja, 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 Ja. Ich habe ein Enderman gehört. Ja, und jetzt einfach nicht dann sehen. Erste Taktik. Oh, ich höre ihn auch. Ich traue mich nicht da runter. Los, Baublöcke. Mach einfach. Schau mal, erste UHC-Regel. Du warst immer eine Treppe, bevor das wieder runtergehst. Warte. Ah, erst im Wasser, okay. Hast du das abgeblockt? Das ist noch nicht abgeblockt, Junge. Ah, du musst noch sehr vieles lernen, junger Padawan. Äh, aber Judo, wieso kannst du so gut Deutsch, mein Meister? Ja, das Sprechen hast du schon gelernt. Nein, du bist Judo, du bist ja mein Mentor. Oh, Gold! Das war erstaunlich, aber, äh, dunkle Öle. Äh, dunkel. Einfach so ein bisschen ablocken. Ja, weil sonst werden wir sterben. Je. So wie das immer so passiert bei UAC. Alter, Spinne. Oh, wo, und so. Also, ich glaube, wir sind abgeblockt. Oh, wie viel Gold brauchen wir, 8. Äh, nein, 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 warte, 3, 8, 7, yes, du kannst, ein golden Apfel, yuuu. Warte, ich habe crafting table hier. Ja, wie wär's mit Schmelzen zuerst? Ah, pff. 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 ...und deine restliche zwei Goldklöcke. Äh, ja, warte, einen Moment, ich bin hier noch am Ablocken, weil gefährlich. Judah, dein Deutsch ist wieder da! Yay, Goals! mich 2016 sollen ja die zwei nachfolge kommen stress simulatoren 2013 was jetzt haben wir gerade die jungen hat nur noch 11 17 17 du hast nur noch acht nur noch so zudem Prozent wieso der Kerl abwieser der sie hat nur sechs Gold nicht acht ich hab kein Gold mehr wir müssen noch suchen Prozent und so war es beim letztes Mal ich hatte ich mich sieben Gold und beim letzten bin ich gescheitert war du war mal das Wort ja was er ausgefunden die die normalen Spinnenabwehr funktioniert hier nicht kommt ich weiß nicht kommt auch wegen Baby Zombies er die Probleme die man hat in diesem Spiel es ist stressig das ist ein zu meinen das ist ein zu machen für den Sieben Prozent nachschauen wenn man ein bisschen zockt oder so nein time to meines letzten Sangers etwas aber der gefährlich ist glaube ich ich finde gerade die wo sind die time to mei dann ist ja egal es ist nicht sehr gefährlich es ist nicht sehr gefährlich äh wirst du durchs du schützt und meint gleichzeitig ich habe fackeln war weiter ich habe keine nein ich will nicht ohne fackeln ins dunkel gehen das ist so suizidmäßig das ist so hoch fehlen die horror-szenario ein klischee der der menschen ist immer so negativ so langweilig sein oder lustig beides eigentlich und langweilig und lustig langweilig und lustig weil sie manchmal einfach war sind also ich höre so viele sachen ist nicht normal jetzt mal den weg hinter uns ich höre ganz viel wasser was sind wir eigentlich am suchen genau gold und eine höhe eigentlich für das gold weil in höhlen ist gold irgendwie habe ich normal wo ist das fasziniert immer für ein sein headset vor uns ich habe eine höhe gefunden die potenziell sehr gefährlich aber egal sie sind schon bei 21 okay ich sehe leider kein gold so auf dem ersten blick aber diamanten ja das sehe ich wirklich jetzt echt nein also sobald in diese höhle gehst pass auf wo du ihn sie ist ich habe den boden für den jungen paler waren okay diese seite ich habe wirklich diamanten gefunden loll echt jetzt ja echt jetzt so happy day einfach so ein einzelner aber immerhin ich habe ihn fast angesehen okay es war ein diamant diamond ab und ich habe es laut hinaus wie will man so sneaky vorwärts gehen gib mir den diamanten auch noch komm gib mir ihn gibs mir ja oh lollet ich habe den achievement bekommen ahaha 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 also gold ist ihm noch angesagt ahaha 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 Spinner Bogen könnten wir noch gebrauchen also Spinner kommt zu mir lass uns zu verlieren wo ist sie wo ist sie wo ist sie ist oben bei mir oben siehst du mich hier oben ja 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 der Endement er ist schallt zu schockiert was er hat seine Fresse so offen ja das ist egal das macht er manchmal wo ist die Spinner hin tot ah gut äh hast du Seide bekommen ja eins also der Enderman der pisst dich ja aber der der hat nichts der ist wahrscheinlich nur auf deinem Bildschirm so auf meinem ist der normal judo will nichts ja ja bei mir inzwischen auch wieder hey weißt du was ich gefunden habe was dein ein oh kack renn renn weg renn weg renn weg halter renn weg renn weg ein also ich erklärs dir jetzt langsam Dungeon Dungeon Skelete wir gehen weg ein Dungeon Skelete oh Gott also dort gibt es vielleicht gute Sachen ja scheiß drauf wir buchen mal auf dieses Seite aber ein Skelete Dungeon wir könnten ihn von oben attackieren ja und Lava runterfließen lassen mach einen Eimer oh ich bin so genial was tippe ich ah äh sie kommen ja das Problem sie kommt schon wir müssen weiter das andere Lava holen warte mal wir müssen uns etwa hier auf diese Höhe hier ich hole mal das Lava ok ähm hast du noch Eisen hier hat das Eisen man muss es einfach einschmelzen ich hab sieben ja ist egal warte wo bist du ich hab sie nicht ich geh schon hoch ah gut da oben ist alles clean oder? äh es sollte sein wo ist eigentlich die letzte Lava Quelle die wir gesehen haben ich hab keine Ahnung